Ein weiteres Horrorspielen, was auch in der Produktion ist. Was ganz anderes, als was ihr eben gesehen habt am Spielen. Gucken wir mal die Settings ein. Low Red Mist. Ja, okay. Weg. Das habe ich jetzt wirklich noch gar nicht gespielt, das Spiel. Ich weiß nicht, was das wirklich ist. Das ist die Version 0.1.2.6 Alpha Demo wohlgemerkt. Hallo? Hallo, Herr Rhoads. Mein Name ist Roy Millard. Ich arbeite für die Polizeiwärts-Präsidentin als Homicide-Detektiv. Nachdem wir unsere Rekord haben, Sie sind der einzige Inheritator der Rhoads-Mansion, die in der Stadt St. Rhoads. Sie haben Sie das Verkauf von der Produktion gemacht? Oh, um, das ist eine Nachfrage für mich. Für mich, ich habe nicht informiert, dass ich einen eigenen Geburt habe. Ich verstehe. Das Problem ist, dass wir eine Verbindung zwischen deinem Haus und einem vorherigen Fall, den ich fast zehn Jahre vorhin habe. Ich brauche, dass du nach der Polizistation der Wellsmith-Polizei um ein paar Informationen zu geben, und eine Beobachtung für den Geburt. Wenn du hierherst, kannst du auch ein paar legalische Bücher um zu formalisieren, die Geburt des Geburt. Natürlich, ich kann das. Aber ich möchte, die Geburt zu sehen. Ich brauche gerade ein bisschen. Ich fährt vor mir, das ist nicht so gut. Ah, es ist ein Partikel im Süd. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich weiß nicht, wie gut die Qualität das gerade ist, weil es rüttelt. Es sind alles normale Geräusche des Waldes. Das sieht gut aus, ne? Aber die bewegen sich nicht statisch. Außer die Blätter auf dem Boden. Die bewegen sich nicht. Ich kann dagegen laufen. Bewegen sich das anders. Okay. Okay. Aber ich kann das in der Früh einfach so. Also. Okay. 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 Von welchem kleinen Zeit ich in der Haus der St. Rose habe ich nur ein Pferd. Recently habe ich angefangen zu schmerzen, wie furchtige Visionen. Ich bin sicher, dass sie meine Erfahrungen hier ein lange Zeit sind. Ich habe Teil meiner Kindheit in dieser gottorsakten Stadt gearbeitet. Ich hatte die Brille auf jeden Fall, ja. Das ist ein Schmenn. Ich habe die Brille auf jeden Fall mit dem Bauen. In der Zeit, die Bitte hochieren. Da, wie wollen Sie die Brille gehen? Die Brille auf jeden Fall mit den Bauen. Quatschen noch nicht? Man schletzt, die Brille auf jeden Fall. Oh Gott, nein. ja nix, ach da geh ich da raus gehst raus, aber nicht drin ach, bin drin ok, jetzt habe ich noch andere Geräusche als links schöner Anzug ok da kann man geölt werden da gehen wir hoch vielleicht, ne ok 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 das ist nur ein Haus von vielen wieder kreiser aber inri steht nicht drauf da ist der Schatten, diese Kette, da ist der Schatten Schatten ist viel zu groß ok 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 also das ist meine Nemo-Version, das ist schon echt gut ach, ich habe aber nicht hinten drauf geguckt ok ja ja ok 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 Ja. Kann ich hier bleiben, ist es gemütlich, ein bisschen ausrollen, ein bisschen Stocks-Off-Sopic machen. Es ist echt gemütlich hier. Ach, ein Hase ist auch da hinten noch, das habe ich mir gar nicht gesehen. Ja. ... 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 Taschland da? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, hinten, okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 염, Wünsche sind auch noch schön, ist auch noch eine Kerze. Ja, äh, f... Und dann ist das doch an die Hand. 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 Und jetzt ist es ein Schiff. da gab es doch keine ahnung ja 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 Vielen Dank. 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 Ich muss nach Endersen auch so rechts halten, ja? Aber ich bin noch hergekommen, rechts. Nichts. Ich komme nicht an hier vorbei, ne? Das ist das Problem. Wie kommen die an hier vorbei? Okay. Okay. Ich bin noch hergekommen, ja? Und das ruckert. Und das ruckert das Spiel, ne? Ich bin noch hergekommen, ja? Ich bin noch hergekommen. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich bin noch hergekommen, ja? Und ich bin noch hergekommen, ich bin noch hergekommen. Ich bin noch hergekommen. Und das ist alles richtig. Und jetzt steht er auf. Okay. Nachgedacht. Was soll ich durch? Ach, scheiß drauf. Ja, das nervig. Ja, das nervig. Ja, das nervig ist. 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 Ja. Ja, das nervig ist. Ja. Ja, das nervig ist. Ja, das nervig ist. Ja, das nervig ist. Ja, das nervig ist. rum drei mal king Das sieht cool aus. Ein bisschen rot, aber sonst. Okay. 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 Oh Gott, 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 Gott. Hallo, hallo, willkommen. So ein Horror-Demo-Spiel. Das ist echt eine gute Qualität, weil es eine gute Stimmung hat. Wo bin ich das hier? Lass da links runter, nicht rechts. Dann laufen wir jetzt zurück. Das neue Horror-Spiel ist das, was ich hier gerade spiele. Das ist die Pre-Version oder Demo-Version. Wie man das nehmen möchte. Ich gucke auch nicht weiter. Ich muss da hinten rum. Scheiße, ich will ja nicht rum. Der Weg ist erstens zu lang und zweitens sind da die Viecher. Du kannst dir nicht ausweichen. Einmal, vielleicht zweimal kannst du ausweichen, aber danach nicht mehr. Was ist das Problem dabei? Ja, gut. Dann wollen wir noch mal sterben gehen, oder? Nochmal, sterben gehen. Weil es so viel Spaß macht. Ich würde es gerne abkürzen, aber ich würde zur Küche auch hinkommen. Was auch nicht geht. Roads House war ich schon. Main Gate. Na ja, gleich werde ich noch mal mich erschrecken. Gleich kommen ja komische Leute aus wie die Slendermans mit roten Augen. Gleich. Noch nicht. Und die Atmosphäre ist echt gut im Spiel schon. Auch wenn es nur eine Demo ist, ne? Muss ich schon dazu sagen. Das ist nur eine Demo. Wir gehen mal hier rein, wa? Wenn ich denn da war. Reinkomme. Toll. Wollen wir mal ins Haus reingehen? Dann kommen wir da nicht ins Haus rein. Das ist auch ein Scheiß. Ein Schloss, traur ich dafür. Nein, ein Schlüssel. Ein Schloss, nicht. Aber ein Schlüssel. Das ist ja gut vom Spiel. Aber was nervig ist, sind die Viecher, die rumlaufen. Also rumlaufen. Na ja. Schleichen, ne? Bei der Gleisphäre. Bei der Gleisphäre. Weil die kann man wirklich nicht ausweichen. Die kommen hier auf den Hauptweg gleich. Warum hängt hier so mal ein Anzug rum? Anzug rum war nicht. Da bin ich schon 32 Jahre schon hier rum. Geradeaus ist das Haus. Durch hell kommen wir links. Da kommen gleich wieder die Viecher. Gleich. So, das bin ich da oben. Jetzt will ich geradeaus gehen. Links rum. Auch wenn ich vergleiche da ganz viele Viecher kommen und ich kann nichts machen. Ich werde gleich feststellen. Jetzt nicht den geraden, sondern direkt den ersten Weg links rum. Klein. Hm. Die meinte ich gerade. Ich finde sie einfach nur nervig. Aber man kommt einige kaum vorbei. Das ist das Problem. Und wir nehmen das System. Also, wir nehmen die Wälder. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Der ist das Problem. Das ist das Problem. Vorher zu sehen. Das ist das Problem. Nein. Der macht Sachen auf, die er nicht aufmachen soll. Oh Mann, nehmt er den endlich mal hier. Hüpft. Hüpft. Hi. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, das ist doof, ne? Ja, das heißt, Sands Rhodes heißt das Spiel. Ja, 0.126 Alpha Demo ist das noch.